Mh, das riecht aber gut. Da müsst ihr jetzt aber was von essen. Es gibt keinen Pferdemenschen, keine Pferdefrau, die an Madleen heranreicht. Nein, Punkt, Ausrufezeichen. Ja, das ist einfach eine ganz innige Freundschaft, die über die Jahre gewachsen ist, ganz wunderbar. Sie ist ein außergewöhnlich warmherziger Mensch. Madleen, hast du auch so einen Hunger? Ja, und so ein Tisch stand leider nie da, als wir hier geritten sind. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das schlechteste Pferd habe und die anderen waren alle besser. Jedenfalls kam ich super mit allen Pferden zurecht und wurde das erste Mal Deutsche Meisterin. Madleen rief an und sagte, damit du eins weißt, wann immer du mich brauchst, ruf mich an. Ich bin da, ich werde im Hintergrund wachsam sein und der rettende Enkel zu halten. Ja, schön galoppieren, Paul. Paul nochmal, nicht so viel Anlauf. Gut, jetzt machen wir mal höher. Ja, sie ist irgendwie natürlich über die Jahre Teil der Familie geworden und ist irgendwie auch nicht wegzudenken. Sie ist ja auch nicht nur, dass sie jetzt mich unterstützt oder fördert, sie ist am Ende für die Familie da. Ja. 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 Ja.